Wojty, du bist die Hoffnung. Oh nein, ich gebe dir zurück, ich renne wieder zurück. Ach, warte. Schau, schau, der ist tot, der ist tot. Komm her, kein Ding. Easy. Ich sehe nur, wer auf den Zug kommt. Ich habe es gesehen und Wojty rennt einfach weg. Wojty ist kurz im Panikmodus gegangen, aber kein Problem. Drabo mit dem AT-RT beschützt ihn. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront 2 auf der PS4 mit den Evo Whitey. Hallöchen, Leute. So, wir quatschen hier ganz fies, wie wir sind, einfach über den Angriff rüber. Wir sind auf der Seite des, ich wollte schon sagen Imperiums, aber nein. Auf der Seite der Republik sind wir, hier auf Helusha. Und ich bin gespannt, wie wir uns schlagen werden. Jetzt wieder im normalen Multiplayer, kein Koop. Ich weiß nicht, wir haben hier ewig an der Ecke, hier haben wir ewig gekämpft. Letztes Mal im Koop. Ja. Ganz am Anfang fängt man an. Und wir haben, ja, wir haben es geschafft. Wir schaffen es ja immer. Wir schaffen es immer, wir gewinnen immer. Wenn wir nicht gewinnen, dann gewinnen halt die anderen. Aber gewinnen tut immer jemand bei uns hier. Also ich renne gerade nach B. Du rennst gerade nach B? Okay, dann komm ich. Wo ist denn B? B, 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 B ist da. Ich komme zu dir. Oh, man schießt doch nicht an. Nee, das ist ein automatisches Geschicht auf dem irgendwie hierher von uns schießen. Okay. So, B ist eingenommen. B ist eingenommen, hast du gut gemacht. Was würden wir ohne dich machen? Oh, ich sehe Gegner. Nein, ich bin das. Und ich treffe Gegner. Hui, ersten Kill gemacht. Nein, 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 da will auch jemand an mir sein ersten Kill machen. Und das war leider erfolgreich. Schade. So, habe ich vor das Avengers Spiel zu spielen? Ja, habe ich vor. Spielst du es auch heute? Ich habe es auch vor zu spielen, ja. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt, weil die Figuren halt nicht so ganz ausschauen wie in den Filmen. Das ist irgendwie ein bisschen irritierend, finde ich. Aber ich bin einfach gespannt drauf. Ich habe es ja schon mal gespielt auf der Gamescom. Ach, du hast es sogar schon mal gespielt auf der Gamescom? Ja, letztes Jahr. Da war ich auf dem Dingens Event von Square Enix. Ah, okay. Und Square Enix? Ja, von meinem Netzwerk, aber ist auch von Square Enix als Spieler nicht. Keine Ahnung, ist es okay. Ja, wusste ich nicht, keine Ahnung. Ja, doch, dann ist es vorher. Ja, stimmt, aber gerade bei Kingdom Hearts oder so, der macht Disney und Square Enix ja auch sagen so sein. Ja, könnte sein, dass man Square Enix ist. Auf jeden Fall war ich auf dem Aftershow Event gewesen und da war dann so eine Halle und da konnte man das dann halt anspielen. Ja. Und da konnte man dann halt mit jedem Charakter einmal da rumrennen und Aufgaben erledigen. Das war schon ganz cool gewesen, muss ich sagen. War schon nicht schlecht. Die Grafik allein, die knallt schon richtig rein. Okay. Ah, da habe ich gerade gesagt. Hopp, 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 da kommen Granaten. Äh, von wo, Bruder? Immer da, wo man nicht damit rechnet. Ja, zu zweit, ist klar. Das ist ein großer Schmetterling. Ich habe ein großer Schmetterling, das ist ein Dinosaurier. Oh, nein, 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 nicht erschießen lassen. Uh, zu lange den Dinosaurier. Okay, nein, habe ich. Na, es hast du so gedacht, war Digi? Ja, ja, ja. Digi, da steht dabei, steht bei eins damit. Haha, ist okay. Ich vergesse dich nicht. Nein, war mir wahrscheinlich mit irgendwas zu konzentriert. So, er schießt ihn da vorne. Oh, ne, die sind immer noch. So, jawohl, jetzt nehmen wir die Kommando Punkt 1. Ich bin bei, versuche gerade eh einzunehmen. Man schießt aber auf mich und ich weiß nicht, ob das erfolgreich sein wird. Gebe trotzdem alles hier. Oh nein, diese mehr als wir. Oh nein, 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 nein. Mal schauen. Auf jeden Fall, dadurch, dass es jetzt bei Playstation Plus hier mit dabei ist, das Spiel, werden da hoffentlich auch mehr solche Kacknoops wie wir dabei sein. Boah. Mal gespannt. Sind wir mal gespannt. Kannst du sowas sagen? Was? Dass wir kein Skill haben oder dass andere auch kein Skill haben? Dass andere kein Skill haben. Ach so, okay. Naja, nee, wenn man das Spiel gerade neu anfängt, dann ist das ja normal, dass man nicht so viel Skill hat. Vielleicht, außer man ist jetzt der Mega-Shooter-Pro. Da treffe ich den nicht. Wo ist der? Da ist der. Nein, nicht nachladen. Also, ich sage euch, der Digi-Counter geht heute nicht über 10. Der Digi-Counter. Zählt das jetzt auch schon, wenn du darüber redest? Nein, 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 nein. Der zählt jetzt nicht. Ich fand Star Wars mal ganz cool. Genau, ihr zählt einfach im Chat den Digi-Counter mit. Das ist ganz gut. Finde ich gut. Der zählt jetzt aber trotzdem. Der zählt trotzdem nur als einer. Alles klar. So, ich habe mir gerade hier den RT genommen. Und, äh, wie viele sind denn da drüben? Wo bist denn du überhaupt? Ich wollte E angreifen, aber da sind so viele am Sitzen, ey. Ja, bei E bin ich vorhin auch schon mal gescheitert. E ist fies. Nein, nein, nein. Hä, wo ist das denn? Ah, ja. Wo konnte das Ding überhaupt? Jungen an Angriff, Bewegungscan. Oh, Bewegungscan können wir nicht mal machen. Schade, dich zu wissen, wo die Gegner sind. E sieht frei aus. Ich gehe jetzt nach E. Okay, du gehst nach E. Ja, ich versuche hier gerade noch, hier in der Mitte, aber hier sieht es nicht so ganz so frei aus. Dann lauft die Druidika schon witzig, lustig. Romo, Panzer, 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 Panzer. Weg, da ist der Paul im Weg. Oh Gott, da ist er. Oh Gott, da sind sie zu zweit. Zu dritt. So, jetzt habe ich mich gerade repariert, das war ein bisschen unnötig. Aber es läuft eigentlich, also ist... Ja gut, aber der Modus ist sowieso ganz cool eigentlich. Und die Karte ist ja sowieso genial. Das ist eine der schönsten Karten im Spiel. Definitiv, da läuft da auf dem Maul rum übrigens. Habe ich gerade entdeckt. Zu meinem Unwohlsein, aber der hat nicht mehr viel Leben, sondern geht der Weg bei... Ja, der ist draufgegangen. Sehr gut, da sind wir los. Wir sind gerade dabei, bei C einzunehmen. Wo ist C? Aua, aua, aua. Oh, 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 oh. Da ist C, okay. Oh nein, die haben den Panzer, die haben den Panzer. Irgendwie halten die Panzer nicht mehr so viel aus, kann das sein? Die haben da früher deutlich mehr ausgehalten. C ist doch schon eingenommen, dann müssen wir jetzt die anderen verteidigen. Ja, ja, das war gerade Verteidigung, was ich hier gerade versucht habe. Bei A sind es auch am Verteidigen, okay, dann renne ich wieder nach E. Nee, B, B, B. Es läuft aber ziemlich gut momentan, also wir führen momentan hier noch. Und ich habe einen neuen Drabo-Jüngling. Hallo Philipp, Furtenbach. Willkommen auf meinem Kanal. Oh nein, ein Wildes Daff Maul. Nicht gut. Wer hat das Wilde Daff Maul dort abgestellt? Nein, es hüpft, es hüpft, es hüpft. Was fällt ihm ein? Wollte Daff Maul ist gleich tot. Jawohl, Daff Maul ist weg. Weg, weg, weg. Na, läuft doch. Läuft doch ganz gut hier momentan. Ja, gerade nicht. Guck mal, jetzt haben die wieder gut eingenommen hier. Ah, sie wehren sich noch. Sie wollen nicht verlieren. Aber wir wären auf einer B. Okay, ich bin hier wegzukommen. Ich bin hier gerade am sterben. Okay, ich bin von hinten bei B. B, 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 okay, 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 okay. Ich versuche zu B zu kommen. Nee, es ist D da unten. Ja, ist okay, passt, passt, passt. Was, okay. Du reißt es da im Alleingang. Ah, jetzt sind wir zu fünft hier. Die Stauben gerade die EPs ab hier, die Lächse. Na, dann lass sie abstauben. Lass sie abstauben. So, auf geht's, ade. So, noch ein, oh, ein Trapopadoan. Hallo, Toa. Möge die Macht mit dir sein. So. Was haben wir denn hier noch schönes? Haben wir hier noch schöne Gegner? Wo sind die Gegner? Alle 100 Meter. So, kommen wir mal zu D runter. Hier ist doch gerade der Schöne bei D. Ja, den nehmen wir auch direkt ein hier, würde ich sagen. Da ist sonst gar nicht so viel los hier bei D. Das ist gut. Kann ich auch noch Punkte abstauben? Whitey ist hier nur zum Abstauben schon wieder. Oh, nee, da komme ich ja gar nicht mehr hin, ey. Ah, Treffen, Rabo, Treffen. Oh. Ups, wo sind denn die Gegnerchen? Da sind die Gegner und die haben ein Panzer mitgebracht, der kaputt ist. Sehr gut. Wir machen die ganze Zeit der Stützer. Ich weiß gar nicht, wie viele Assists ich in der Runde schon habe. So, da unten kommt auch noch mal ein Gegnerchen. Das ist schön. Gehen wir nach E? Können wir machen, ja. Können wir machen. Machen wir. Du bist eh schon da vorne. Das grüne ist der Whitey. Hallo. Du grün wie die Hoffnung. Whitey, du bist die Hoffnung. Oh, nein, ich gebe da zurück. Ich renne wieder zurück. Ach, was? Schau, schau, der ist tot. Der ist tot. Komm her, kein Ding. Easy. Easy. Ich sehe nur, wie er auf die Zukunft kommt. Ich habe es gesehen und der Whitey rennt einfach weg. Whitey ist kurz im Panikmodus gegangen, aber kein Problem. Rabo mit dem AT-RT beschützt ihn. Aber guck mal, von hier unten wird hart geschossen. Ja, da unten ist irgendwo ein Sniper oder sowas. Ach, wir haben das jetzt eingenommen ohne mich? Alter. Wie können sie nur? Wie können sie nur? Der hat er ab da unten. So, Punkt E ist eingenommen. Wir führen immer noch aber knapp, relativ knapp. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Runde. Gehst du weg da unten. Gehst du weg. Jetzt hörst du auf. Nein, nein, nein. Schlecht, schlecht, schlecht. Ah. Einmal noch. Ah, meine Freunde. Mann, Mann, Mann. Komm her da oben. Komm her da oben. Oh mein Gott, Digi. Oh scheiße, das war es. Da war das Digi wieder. Da war das Digi wieder. Wir sind erst mal der... Was war das denn? Ach mein Gott. Oh, jetzt kommt aber richtig viele da unten. Nein, das war ein bisschen zu viele. Der Punkt E wird nicht mehr lange uns gehören. Aber da ist gut Punkte gemacht jetzt eigentlich. So, was können wir denn schönes nehmen? Ich kann sogar mal einen Helden nehmen, aber mit dem ich... Wir verlieren. Nein, wir verlieren nicht. Maximal gewinnen die anderen, aber wir verlieren nicht. Du musst das positiver verpacken, Whitey. Du musst das viel positiver verpacken. Ich... Mir wurde gestern gesagt, ich bin ein negativ eingestellter Mensch. Wer hat dir das gesagt? Ähm... Kennst du nicht, kennst du nicht. Okay, okay. Ist nicht relevant. Verstehe. Guck mal, ein einer kommt. Oh, warum denn auf... Er trifft mich nicht. Er trifft mich einfach nicht. Oh mein Gott, er hat daneben geschossen. Renn, Marcel, renn, renn. Nein. Lauf. Lauf, Whitey, lauf. Ich habe mir mal Tabaka genommen. Ich war so frei. Momentan schaut so wieder richtig gut aus hier. Wir sind zwar hinten, aber wir haben ja Kommande-Punkte. Jetzt versuchen sie eh einzunehmen. Ihr Schweine! So, du bist gerade eben aufgestanden oder einen guten Morgen. Ich bin noch nicht gerade eben aufgestanden. Ich bin schon seit... Uuuuh, 8 Uhr wach oder so. Ne, 9 Uhr glaube ich war es. Wärt ihr auch. Ach eh, eh. Eh wie einnehmen. Ja, ich bin noch auf dem Weg. Nein, der schießt auf mich. Aber von wo? Da, wo du nicht damit rechnest, right? Da, da, wo du nicht mit rechnest. So, ich bin gleich bei dir. Vor dir, vor dir, vor dir. Vor denn? Ne, hinter dir jetzt mittlerweile. Ah, hat es auch nicht gesehen. Hab ich ja ledig. Bin gleich da, bin da, bin da, bin hinter dir. Oh, ihr seht so viele. Oh, ihr seht so viele. Oh, ihr seht so einfach zu viele. Sollen sie kommen, sollen sie kommen. Ich bin bereit. Der Ego macht's alle weg. Der Ego macht's alleine. Der Drabo hilft noch mit. Ist umkämpft, umkämpft, aber ich weiß nicht von wo. Hier. Fühlt's shit. Oh ne, oh ne, oh ne. Weg, weg. Ah shit. Da, da kam auf einmal etwas unerwartetes. Kann ich hier. Verfügbar. Ah ja, cool. Irgendeiner ist verfügbar. Yoda ab dafür. Let's go. Okay, jetzt ist Whitey mit Yoda unterwegs. Klar. Müssen wir mal wieder die Karte nehmen. So. Naja. Bin übrigens nicht mehr als Drachenkerl unterwegs. Man kann bei der PS4 mittlerweile die Namen ändern. Das ist eine schöne Sache. Hast du das echt geändert? Ich hab's echt geändert, obwohl mich so gewarnt wurde von der PS4 davor, dass Spielstände weg sein können und Fortschritte verloren gehen und DLCs nicht mehr funktionieren und was weiß ich nicht alles, was dafür bestand. Ehrlich, da steht da alles? Ja, ja, da steht da. Da wirst du hart gewarnt, bevor du deinen Namen änderst. Das kann halt irgendwie sein, dass die Spieler es dann nicht mehr kennen oder so. Keine Ahnung. Okay. Aber. Ja, ich hab's trotzdem getan. Bin jetzt hier als Drabo Nato unterwegs. Drabo Nato? Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Ja, Drabo war schon weg. Deswegen wurde es da Drabo Nato. Und nein, bevor jemand fragt. Drabo war echt weg, ey. Du Scheiße. Ja, Drabo, das ist immer weg. Das weiß ich mittlerweile, wenn ich mich online bei irgendeinem Spiel anmelden will oder so, Drabo ist immer weg. Safe, kennen wir, kennen wir. Ja, du kennst das auch. Ja, aber bevor jetzt irgendwer fragt, nein, ich nehme trotzdem keine Freundschaftsanfragen an, weil das sonst einfach zu viele werden. Und dann kann man irgendwann keiner mehr annehmen und das ist dann blöd. Und außerdem hat man dann immer so Leute, die einen ins Spiel mit reinjoinen und dann versuchen, einen die ganze Zeit zu killen oder so. Das ist dann ein bisschen nervig. Die guten Streamsniper. Die Streamsniper, wer kennt sie nicht, ja. Kennen wir auch. Kennen wir alle. Das Ganze hat schon ein Wort, wie ihr seht. Von daher, das ist auch so ein Grund, warum ich ungern sowas mache. Oh ja, sicher, Alter. Du hast es hier auch besonders mit mir, mit dem Duell hier gemacht, oder? Oh nein, ich habe jetzt keine Lebensenergie mehr. Das ist nicht gut. Ich glaube, das Duell gewinnt er sogar. Könnte er zumindest gewinnen. Nein, er hat mich aus dem Ding rausgeschossen. Den habe ich auch. Ich hause es. Aber weißt du, da hinten zu sitzen außerhalb des Bereichs kann ich auch, Alter. Dann mach es doch, dann mach es doch. Nee, kann. Ich glaube, Drabo ist auch so ein Nachnamen in Indien oder so. Keine Ahnung. Ja, ja, da gibt es Leute, die heißen mit Nachnamen Drabo in Indien. Deswegen wollen wir meinen Namen auf Insta auch mal weg und so. Da kommt irgendwas Dickes. Da kommt irgendwas Dickes. Wo kommt was Dickes? Du musst Punkte sagen, Whitey. Du musst Punkte sagen, sonst weiß ich nicht, wo du bist. Warum gibt es denn hier keine SW mit Koordinaten? Stimmt, ja, das ist bei anderen Spielen praktisch. Dass man nur sagen kann, die Himmelsrichtung man ist gerade. Ja. So, ich komme mal, versuch mal zu dir zu kommen. Wo bist denn du? Du bist irgendwo da oben bist du. Also diesen AT-RT habe ich hier echt lieb gewonnen. Komm, Palpatine. Oh, Palpatine. Nein. Alter, der ist der Lebenzeitspieler auch wieder anders, ey. Ist das wieder einer von den Stufe, was weiß ich, wie viel? Nein, nein, ich wollte es einfach nur sagen. Der Typ war niedriger als ich gewesen. Nein, nein, der war der Endgegner, war das. Definitiv der Endgegner. Ach, Mano. Ah, Mann, 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 Mann. So. So, 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 so. Ich nehme jetzt trotzdem... Ah, ich kann noch Karten ausrüsten. Wenn wir hier Karten haben, können wir die hier freischalten. Ne, kann man nicht. Wieso kann man ja eigentlich im Spiel nicht die Karten freischalten? Das ist auch so unnötig. Immer nur zwischen den Spielen. Habe ich Palpatine gesagt? Ja, ne, ich meinte eigentlich den anderen. Du meinst eigentlich Count Dooku, weil der hat mich nämlich auch gekehlt. Genau, ja, ja, Count Dooku, ja. Den hast du nicht gewundert, den hast du nicht gesagt, dass ich habe keinen einzigen Palpatine hier im Spiel bis jetzt gesehen. Ja, es tut mir leid, meine Güte. Ah, schade über das. Geht auf der Whitey, geht auf der Whitey. Ja, voll. Volle Karacho, alles auf dem Whitey, was ihr habt. Nein. Sag mal, geht der mal drauf da vorne. Wie viel hält denn der aus? Mann, 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 Mann. So, Kommando.B gehört gleich uns. Wir führen hier momentan auch noch. Also, ich glaube, die Runde könnte an uns gehen. Sieht sehr vielversprechend aus, würde ich sagen. Könnte, wird. Wird, natürlich. Ja, so ein Kompass wäre echt nicht schlecht. Oh nein, bei A. Gibt es ja sogar einen Battlefront? Gibt es ja sogar einen Kompass hier, einen bekannten? Au, 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 au. Hey, 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 hey Ja, ich bin sofort wieder beschossen. Wo bist du denn gespawnt? Oh ja, hier sind sie. Ah, hier sind sie. Jetzt kämpfe ich, Alter. Augen auf beim Spawnen. Ach, Mano. Genau zur falschen Zeit überhits gewesen. Mann, 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 Mann. Komm, Junge, schluck nicht. So, was haben wir denn hier noch? Wieso sind denn immer schon wieder die maximale Anzahl im Spiel? Ich möchte doch so gerne einen von denen spielen. Ach, Mann, na gut, dann spiele ich einen Angriff und schau mal zum schweren Whitey. Aber der schwere Whitey ist schon wieder schwer besiegt worden. Schon wieder eine schwere Niederlage erlitten. Das Spiel ist auch schwer, Leute. Das ist eben, eben. Sehr schwer, das Spiel. Naja, online ist schon nicht so leicht. Weil die ganzen Schwitzern hier? Ja, genau. Aber wie gesagt, zumindest müsste jetzt ein bisschen mehr neue Spieler wieder mit dabei sein, dadurch, dass es jetzt auf Playstation Plus verfügbar ist. Erobin verkauft der Ego Whitey nicht. Was verkauft der Ego Whitey? Der Ego Whitey hat noch eine Tochter, die irgendwann bestimmt mal da mitspielen möchte. Um was geht's? Disney Infinity 3 Figuren. Ach so, ja, ne, die würde ich auch nicht verkaufen, die sind cool. Die liegen zwar alle in der Kiste. Ja, bei mir auch. Irgendwo im Keller. Tief im Keller verborgen. Aber dennoch werden die nicht verkauft. Never ever. Von wo wird denn jetzt schon wieder geschossen? Ich krieg das gar nicht mit. Ja, ich hab's mitbekommen, aber ich hab nicht gesehen, wer geschossen hat. Seltsam. Aber heute lebt noch, sehr gut. Von wo denn? Von vorne, von vorne. Die kommen, die kommen von vorne, die kommen alle von vorne. Ah, so viele. Im Nahkampf haben sie mich niedergeprügelt, ey. Unfair. Unfair. Die haben doch an. Ich hab' ausnippbar. Nein, wir verlieren wieder D. Ja, ich seh's, aber wir führen. Wir führen gerade gut. Wir führen gerade gut. Ja, wir hätten aber alles einnehmen können. Das wär doch automatischer Win, nicht? Ne, ich glaube nicht. Es muss trotzdem auf 100% hochgehen, aber es würde dann schneller auf 100% hochgehen, denke ich. Ach, das gibt's doch nicht. Guck mal, von hinten immer. Okay, wo ist der Whitey? Whitey lebt noch sehr. Wer ist das denn? Weiß ich nicht, aber es tut weh. Au. Ah, nicht nachladen. Ach, Gott sei Dank. Ah, die schießen ununterbrochen, ey. Gibt's doch nicht. Wenn ihr nochmal aufzuschießen irgendwann. Egal, wo man hingebt, man wird angeschossen. Ah. Will doch nicht sterben. Lasst mich doch leben. Ah, nicht von hinten schon wieder. Ah, ich bin hier weg. Bin hier einfach weg. Bist du bei mir, ne? Du kriegst auch die ganze Zeit von jeder Seite was ab. Ne, total schlimm. Ich will mich nur mal kurz heilen. Jetzt hab ich's ja. Oh, da wurde ich auch. Ah, das war's wieder. Ich will mich doch nur kurz heilen. Lasst mich doch nur kurz heilen. Verfügbar? Oh ja. Ah, jetzt bin ich, jetzt bin ich Anakin. Ich hab's überlebt, Leute. Ich hab's überlebt. Ja, ich nicht. Ich nicht. Aber ist nicht schlimm. Ja, man spawnt ja wieder von daher. Ja, sicher. Ja, jetzt. Äh, von wo denn? Shit, 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 shit. Alter, ist der weit weg. Was ist denn der für eine krasse Reichweite? Ah. Weg. Weg. Oh Mann, ey. Das ist so krass aus. Was wir entfernen und die einen teilweise versuchen zu erschießen. Schlimm, 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 sag ich euch. Schlimm, schlimm, schlimm. So, wie sieht's denn hier aus? 95% gleich haben wir's geschafft. Heute hier gleich haben wir's geschafft. Gleich können wir zu den, zu unseren wunderbaren, äh, zu daran gezweifelt. Öpublikanische Kanonenbooten. Oder ist, nein, 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 ja, jetzt hab ich zweifelt. Nein, 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 du grieb, es geht weg. Jetzt nehmen sie aber gerade alles ein. Das ist ja nicht deren Ernst, oder? Ja, die letzten 5% die gehen wir ja nicht mehr, die gehen wir ja nicht mehr. So. Ich bin in mein Leben gelaufen, aber ich bin zu langsam gelaufen, offensichtlich. Schade, schade, schade. So. So, da ist der Ego allein bei dir, aber ist ja egal, denn er hat Anakin. Uh. Anakin ist auch immer mein Todesurteil eigentlich, wenn ich Anakin nehme. So, 98%, jetzt machen wir das mal hier. Jetzt wird das doch was hier. Nein. Wir haben nur drei Dinge ab, warum geht er denn hier nicht weiter, sag mal. So, Marius. 99. Da ist schon wieder irgendein Held hinter mir. Wieso steht hier einer mitten in unserem Kommandopunkt von den Gegnern? Wieso? Dich töd ich noch, Alter, dich töd ich noch. Ist mir scheißegal. Auch wenn es zu Ende ist. Dich nehme ich noch mit, Bruder. Und dich auch, Alter. Whitey nimmt sie alle mit, Whitey nimmt sie alle mit. Was ist denn jetzt? Ach, dann geht noch weiter? Ja, ja, jetzt kommt der Flugmutter. Jetzt musst du erstmal zu den Flieger kommen und dann geht's in den Himmel. Dann geht's in den Himmel. Dann heben wir ab. Wie ich er war, war ein Feuer. Ah, wo kommt der? Griefes, komm her. So, der Klassiker. Mal schauen, ob ich mich dieses Mal mitnehme. Normalerweise nehmen Sie mich ja immer nicht mit zum Fliegen. Sollen Sie erst mal raus. Kann ich mit Anakin an Bord gehen? Ich glaube schon, warte mal. Ich kann irgendwie, muss man hier aus dem Ding rausgehen, wenn ich mich mal rausgehen konnte. Ich bin, ich stehe jetzt einfach hier drauf. Ja, das Problem ist, wenn ich bin, wenn man ein Fahrzeug drin ist, ich habe keine Ahnung, wie man aus dem Fahrzeug rausgeht. Äh, was wäre denn aus dem Fahrzeug rausgegangen? Keine Ahnung mehr. Ja, egal, dann bin ich halt hier, äh, verkämpfe, verteidige ich halt das Fahrzeug noch gegen die Gegnermassen hier. Einer muss es ja machen. So, oh, du hältst viel aus. Nein. Er tötet mich eine Sekunde bevor das Flugzeug. Nein. Ach, das Leben ist so unfair, Whitey. Ja, ich lese den Scheiß, ich versuch's zumindest. Viereck gedrückt wäre es gewesen. Na, dammit. Egal. Ehrlich, letzter Stand bei mir noch nicht mal. Ja, nee, also viereck gedrückt weiß ich schon, aber ich war im Fahrzeug drin, ich müsste erst auf dem Fahrzeug raus. Ist es da auch viereck gedrückt halt, um aus dem Fahrzeug wieder rauszukommen? Bin ich jetzt verloren? Bin ich jetzt unten? Bleib ich jetzt unten alleine? Sobald ihr festen Boden unter den Füßen habt, müsst ihr diese Ziele finden und mit allem angreifen, was ihr habt. So, na dann, schauen wir mal, dass wir hier oben auch noch was reißen können, hier die Schlacht noch zu einem gewünschten Ende zu bringen. Und das Schiff der Separatisten, die Luft zu sprengen. Wo ist Sprengmeister Whitey? Sprengmeister Whitey ist da drüben, Sprengmeister Whitey. Hallo. Na, da vorne jetzt, Kollegen, habt ihr Bock drauf, da vorne? Ein richtiges Feuerwerk hier. So richtig Silvester schon hier. Ob, 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 da schießen sie auf jeden Fall fleißig da vorne. Auf die Entfernung bin ich gar nicht so effektiv, ich muss da mehr in den Nahkampf. Offensichtlich. Aber einer ist hier rechts unter dem Fahrzeug, aber ich weiß nicht. Ja, die, der stand dir vor mir, was ist? Oh, nix. Hat doch gar keiner mitgekriegt. Das ist ein Problem, ich höre dir offensichtlich zu. So, mach mal hier die Tür auf, bitte wieder. Ja, wieso sind die Tür nicht wieder aufgegangen? Ach, Mono. Ach, die Tür geht gleich wieder auf. Jetzt geht die Tür wieder auf. Ja, haben wir doch was Schönes. Gleich einen Kill gemacht. Naja, Unterstützer Kill. Egal. Wow, 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 wow. Komm da, vorne kommen die irgendwo raus. Wieso geht die Tür noch manchmal auf? Wenn die nur davor stehen. Ah, okay. Die warten immer drauf nur. Ja, wir rücken aber vor. Wenn ich da jetzt eine Rakete reinknallen kann, eine Granate, ja, die ist vor der Tür abgeprallt. Ja, Whitey, man kann durch geschlossene Türen keine Granaten werfen. Ey, ich hab Wallhack an. Ich hab Wallhack an. Ah, okay, Entschuldigung. Whitey cheatet also, jetzt wisst ihr es. Jetzt wisst ihr, warum er immer so gut ist. So, dann gucken wir doch mal. Hatte ich hier noch zu holen, gibt. Oh nein, da ist ein wildes Moldorf, äh, ein wildes Count Dooku, glaube ich. Aber den killen wir, den hauen wir weg, bis der bei uns ist, ist der weg. Hast ihn, hast ihn, dann hol ich ihn jetzt. Ja, dann hol du ihn. Der Wallhack ist auch da vorne, ich bin dabei da vorne. Ey, es hat nur noch 16, er ist One-Hit, der Typ. One-Hit. One-Hit. Whitey, unser One-Hit-Wunder. Wunder, Wunder. So, wir wollen ordentlich Punkte machen da vorne. Nochmal ein Unterstützer-Kill, so muss das. Und jetzt zerstören wir sie da vorne. Komm aus deiner blöden Deckung da oben raus. Na, komm raus. Oh, das hat sich schon erwischt. Ah, kümmern wir uns auf den Maul. Das ist, glaube ich, das größere Problem da vorne. Der killt gerade unsere ganzen Leute. Nicht mit uns, Maul. Nicht mit uns. Jetzt gibt's... Oh, Dooku ist auch noch da. Ja, hallo there. Das war's gleich mit Dooku. So. Anakin hat sich um Dooku gekümmert. Wer kennt das nicht? Hier ist alles Film akkurat. Innen im Schiff auch noch. Perfekt. Was hatte ich denn jetzt? So, jetzt müssen wir Sachen in die Luft sprengen. Ach nee, Count Dooku ist auch schon wieder da. Hat auch schon jemand anderes genommen. Mann, oh Mann, oh Mann. So, Jungs. Ihr braucht doch bestimmt Lebensenergie, oder? Ich werde nochmal ordentlich Punkte hier geben. So, wo sind denn die Gegner? Keine Ahnung, wo die Gegner sind. Wir müssen die Dinger zerstören. Dann machen wir das einfach mal. Einfach drauffeuern, was geht. Dann gibt's ordentlich zielorientierte Punkte. Naja, nicht ganz so ordentlich, aber es gibt zumindest zielorientierte Punkte. So, vielleicht hier mit dem Sprengding. Vielleicht macht das noch mehr Schaden. Wenn wir schon dabei haben. Boom. Die tun ja nicht mehr was dagegen, dass wir ihre Sachen kaputt machen. Umso besser, umso besser. Der hat nix mehr. Der hat nix mehr, der Daffmoll. Nein, nein, nein. Der hat nix mehr, echt? Der hat auf mich abgesehen, ich sieh's. Müssen wir da einfach nur draufhacken auf die Maschine? Ja, einfach nur draufhauen. Einfach nur draufhauen. Ich hab Daffmoll im Nahkampf weggehauen. Oh nein, nein, das war nicht Daffmoll. Das war Daffmoll. Aber er hat noch Freunde. Ah, Kau und Tuku. Nein. Ach, Manu. Aber ich hab Daffmoll im Nahkampf besiegt. Das war schon wert. Oh, no, 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 no. Geld um Arsch. So. Naja. Holen wir uns mal wieder einen normalen Angriffstruppler. Schau mal beim Whitey vorbei, was der so macht hier. Hi. Oi. Bist du öfters hier? So, sie gibt mein Bestes. So, da kommt schon wieder ein Schüsse entgegen. Wenn wir hier reinlaufen. Das war ich selber. Ja, nee, nee. Die meine ich nicht. Ich meine, die kam schon hier aus der Gegend irgendwo. Kriegst du halt eigentlich mit, wenn ich dich abschießen? Nee, nicht wirklich. Oh, Drehge. Friendly Fire ist zum Glück nicht an Whitey. Zum Glück. Nein, der Seiko dachte irgendwie, ähm. Nein. Irgendwelche Funken oder so weit abdrehen. Ja, ich glaube, meine Figur zittert auch oder wackelt so ein bisschen auf jeden Fall. Oh, wir haben den ersten schon kaputt gemacht, den zweiten auch. Jawohl, das sieht gut aus. Jetzt geht's auf das letzte Ding, was wir noch kaputt machen müssen. Das läuft richtig gut hier. Gleich haben wir es geschafft. Gleich sprengen wir das Schiff in die Luft. In Rekordzeit, würde ich sagen. In Rekordzeit. Ach, Mist, hat es mir auch nochmal gelegt. Ja, ey, was ist denn mit dir, Diggi? Anstatt du erstmal da runtergehst und die Leute da von der Maschine wegholst, rennt ja arg auf mich zu, ey. Wie kann er nur? Egal, wir haben gesiegt. Wir haben gesiegt. Ach, schöne Sache. Schöne Sache. Ja, richtig gute Runde, würde ich sagen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Dir auch, dir auch. Danke. So, keiner von uns beiden da oben mit dabei, verstehe ich gar nicht. Verstehst du nicht, ich kann dir das erklären. Dann erklär es mir doch mal bitte. So, die persönlichen Statistiken. 47 zu 14 war okay. Aber erst mal gucken, ob wir vor Drabu sind, das ist das Wichtigste. Sind wir natürlich, sind wir natürlich. Verdammt, nur drei Plätze, nur drei Plätze. Nun hast du vier Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinen Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.